Wir hatten an der, an der, an der, an der, am, am... Alter, wir pfeifen! Hey! Achso! Wer schießt nicht auf mich? Ich, ich hab's nicht gesehen! Ich seh nichts! Rein wollt ein kurzes Ohr. Ja. Oh! Ne, wir sind nicht raus. Ah, hier wird er. Ja, wollen wir mal zertanken? Ja. Ja, wie? Links war ein Skett. Da war auch im Gebüsch irgendwo, ich renne schon mal zur Tanke vor. Oh, schnell weg. Ja. Alter. Da war ein Spieler auch irgendwo. Der hat ja hergeschossen, Alter. Da ist ein Skett. Ich bin drinnen. Alter. Der will nicht sterben. Ach, er lebt immer noch. Was? Mann, 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 Mann. Was ist denn das hier für ein Nutzloserladen? Der muss irgendwo noch einer sein. Ich schließe ja schon mal die Buden auf. Von rechts hab ich jetzt was gehört, wo wir kommen sind aus der Richtung. Ich bin hinter dem Metallzylinder. Okay. Hat er gegehnt oder ist der verreckt? Guck mal, was ist das jetzt? Wo kommt das her? Von drüben, von der anderen Seite? Haben die mich hier an der Tanke gesehen? Oder was ist hier los? Wo ist ja jemand dran? Von wo? Kannst grad nicht so lokalisieren. Knirschnerst du? Ja. Das war glaube ich relativ weit weg. Jetzt? Da kam einer gerannt. Was ist der? Der ist hinten am Zaun. Bei dem Lkw. Bei dem Lkw. Alter. Ey, hast du eine 6er Bodyarmor an, sag mal? Ja. Benji. Könnte sein. Aber dafür so ein 0815 Bullerkuppenhelm. Damit du gleich in der Ecke liegst, Alter. Du kriegst einen in die Fresse geballert. Kein Treffer auf die Bodyarmor und der Killer freut sich. So wird's passieren, Benji. Gebe ich dir Brief und Siege. Alles gefunden und benutzt. Bring da. Warum ist Benji so leise? Ach nee, weil ich hier so leise gedreht hab. Gut. Na dann. Ich freu mich. Ey, boah, hier geht auch nur noch Knifter rein. Ich dachte, Pistole, Alter. Jetzt bin ich der Einzige, der mit der Pistole drinnen rumrennt. Na, du bist der Einzige, der überlebt. Nee, aber mein Stock hinten ist... Weißt du, ich hab die Waffe jetzt ein bisschen auf Low-Recoil gemoddet. Ich seh grad, mein Stock ist irgendein Drecks-AK-Klappstock ohne Gummimuffe hinten dran. Ich hab keinen Wort verstanden. Du bist abgeworfen. Oh, komm. Es geht grad... Dann hast du noch so eine Vorlage gehabt, Boi. Er hat keine Gummimuffe. Oh, Boi. Benji ist auch in Mitleidenschaft jetzt auch. Nein, nein. Ja, wie so ein Weihnachtsbaum. Whisky genascht, obwohl er schon angeschmückt war. Bitte fahr dir mal Whisky genascht. Dann... Es rauscht. Es geht los. Ich glaub, wir sind drinnen. Du musst Benji mal ein bisschen lauter machen, man hört ihn kaum. Wie er in seinem Suft dahin weggetiert. Das ist so fies. Musst du morgen arbeiten, Menschi? Nein. Ich bin doch der einzige Trottel, der klicken muss. Ach du Scheiße. Ich hab bloß eine Vaseline mit. Dann muss ich los hier. Leute töten. Wieso kommt da keiner? Ich hab keine Ahnung. Wo wollen wir lang? Ich hab den Rest. Da raus. weil die fresse du trägst deine mutter der schießt nicht auf uns na nee siehst du was matze ne ich lasse auch gerne wenn die scharzen dafür wo seid ihr benji ist oben der geht der geht durch den tunnel durch den blechtunnel ich mache hoch Benji ich gehe unten durchs Treppenhaus ich höre Schritte wer schießt hier Granaten ich ich bin hier im Treppenhaus unten ne ja Matze wo bist du ich feite mich hier mit so einem Idioten aber ungefähr wo vorm Treppenhaus unten in so einem Kanister hocke ich im Container aber sag mir wenn du ins Treppenhaus reinkommen solltest unten ne ja du bist im Büro Benji ja rennst du Matze ne ok der kommt jetzt hier die Treppen hoch ach ne das bist du Beutel oder ich bin du unten an der Tür ja 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 wo ist denn der wo ist denn der das ist ein Scaf das ist unmichtig Matze wo bist denn du immer noch mein Container ok ich gehe jetzt mal ne Etage höher so bin oben ich gehe jetzt mal ein Büro neben die Büro ist gelungen Beutel ja ja ich bin jetzt hier in den Blech gegangen komm rein Matze du lebst aber noch ne ja aber nicht mal lange ok der Typ rennt jetzt hoch der rennt der rennt der rennt ich glaube das auf dem Blechgang am Ausgang oben besser in diesem Container ja raus was ich gehe raus wie raus nach außen ich bin im Blechgang ne Benji hm seh dich Benji bohrst du das mit der Lampe ich kenne ein bisschen aus ey dieses scheiß Programm alter ja Benji renn hier mal nicht so rum alter ha 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 ich hab nichts mehr alter kein Pinkeller warte Matze wir kommen jetzt mal runter zu dir gehts dir gut ja das war ein Hedging aber er hatte ich weiß nicht mit was er geschossen hat Matze wir kommen jetzt runter ich komme jetzt hier raus ja ok in welchen Container steckst du alter ich bin jetzt in dem Gang hinten was denn für ein Gang wo du hier das Ding anbringen musst die Quest wo du die Quest hattest oh Gott weiß ich nicht alter ich bin jetzt hier runter gekommen um dir den Arsch zu retten jetzt bist du gar nicht mehr hier ne oh da da bin ich befreundet ne alter so ein scheiß Assi bist du tot Benji bist du tot Benji ne 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 das war ein Spieler der hat schon hast du umgeniedert ja klar Achtung Benji ist Gaff von links war es ein Hedging ne eh dann bek ich es nachher ne aber im Prinzip war es ein Hedging ja ja dann war das der ich gehört ja du ja du ja du ja du ja du ja du weiß ich nicht an seiner Kugel stand kein Name du witz sorry warte warum geht denn der Skeff nicht Achtung der Skeff kommt zu dir Matze was ok der geht nicht drauf jetzt ist er tot meine Fresse ok Matze ich komm zu dir gut ich muss hier nachladen ok wir haben noch zwölf Minuten also ein Spieler ist tot das heißt einer müsste noch irgendwo leben ja Benji wo bist du ich spiele irgendwann kurz vorm Exit diesen diesen braucht jemand für die Mission so ne Schmaska Maske ne Schimaske so ich bin fast wieder geflickt Benji wo bist du ich rede von rechts ich ich laufe ok aber ich weiß nicht wo Benji ist ich bin halt mit dem Treppenhaus wer ist da noch rum ich werde zum Exit zum Exit was zum Exit wer läuft ich Matze ich geh zum Exit aber warum lass uns doch noch looten und ja nicht damit du erstmal klar kriegen wer will oh hier ist ein Skeff Alter 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 ist tot ist tot der Skeff da oben ist tot ist das an der an der an der an alter mir pfeift hey ach so der schießt nicht auf mich ich ich hab's nicht gesehen ich seh nichts los raus zum Exit Matze bist du los Matze renn ja los ich hab starke Blutung ich kann mich nicht mal heilen aber ich wollte dir doch gerade Heilung hinlegen auf einmal schießt du auf mich ich hab nichts gesehen es war alles total verschwommen bei mir Patze du fehlst ne ich bin hier Benji ich bin neben dir Benji ja ich komm wir sind raus Alter Alter hat der mir eine von vor die Fresse geballert Alter war der Helm komplett zerrissen dann hatte ich irgendwie Schädelbrummen und ich hab nichts mehr gesehen Alter frag nicht nach Sonnenscheine ist er fälliger von Arsch mein schöner Helm auf auf die auf die auf die die Bis zum nächsten Mal.